Schauen wir mal einfach ob das so klappt, aber eigentlich müsste es. Ich brauche hier gar keine Pre-Inker ziehen, bis ich vorne bin, ist eh RIP. Ah, jetzt habe ich kein Tempo ausgewählt. Doch jetzt erst. Achso, ja stimmt, da war ja was. Weil ich habe jetzt eigentlich genug Versa über das Gear. Also es soll anscheinend bei allen Wochen echt top sein. Ähm, außer bei blutig, da ist es ein bisschen nervig. Oh, wir müssen hier auswachen, hier. Oh, Brutfitter, diese, so viele Sleepwitze kriegen wir ja auch. Shockwave. Ja. Watch your feet. Die Sleepwitze kommt da angefahren. Okay, ihr könnt runterkommen, ist nur ein Mob am Leben. Ja, wir müssen der Sleepwitze noch ausweichen. Wo? Als Begrüßung gibt es Segen. Also, ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, ob es das so Werf ist, aber es klappt schon, ne? Ja, aber jetzt liegt der Panzer halt und gehen die weg, ja, die Games. Ja, ja, das geht weg. Jetzt habe ich halt meine CDs rausgehauen, aber das dürfte egal sein. Ähm, von dem Hammer, ne? Ja. Ich, ich ziehe den einen erst auf die andere Seite, sonst scharcht der mich immer, äh, scharcht der den Panzer weg. Halt. Mach auf mich, ich lehlaufen. Ähm. Zwei Hammer haben wir schon mal? Ihr seid zu viert. Ja, wir sind auf dem Tournament-Server. Ja. Und, ähm, da kannst du halt nicht einfach Leute einladen. Das Problem ist, einer aus dem Team, der kann halt, oder dem sein Internet geht halt nicht. Und jetzt, ne? Achtung, der Raster auf dich zu, Taylor. Alles gut, ich hab, ich bin ausgewichen. Alles gut. Ich hab das schon gesehen. Boah, das liegt ja eine Bombe und ich kann ihn nicht anscharchen. Sehr nett. Ja, zumindest liegen sie zusammen. Den anderen Key haben wir auch schon zu viert gespielt. Ne, jetzt hoffen wir halt einfach, dass der auch klappt. Düsenstrahl. Mir das Schaden? Naja. Bisschen schon. Jawohl. Geh ja super weit weg. Ja, sorry, ich versuch da hinzukommen. Jetzt wirbelt der andere, passt bisschen auf. Ist halt super, also ich dieser was, keine Ahnung. Er charged? Er fährt gegen wo, ja. Das ist so dumm, du stehst in der Mitte von der Plattform und das Zahn, äh, diese Sägeblätter treffen wir ja trotzdem. Grad windig macht die Sache ja auch nie besser. Ja, aber ich wurde nicht mal genockt, ich war in der Mitte von der Plattform gestanden, das juckt die Dinger trotzdem nicht. Einfach nur ätzend. Mach da wieder Düsenstrahl, ich versuch mal irgendwie hinter ihn zu kommen. Ich sag mal so, mit nur Melee DPS ist der Boss halt bisschen eklig. Weil beide haben irgendwas, wo du nicht ran darfst, ne? Da noch Winde, ja. Und Sägen. Er fährt wieder gegen die Wand. Ich hab halt alles, was Damage technisch ist, für die Trashmobs öpfern müssen. Dass ich da nicht rippe. Okay, Panzer ist tot. Zieh den mal da ein bisschen weg, wenns geht. Naja, kann ich nur ein bisschen Mitte, Richtung Mitte den Dude ziehen. Kuii! Kuii! Eke Platte, das war ne eins und das andere. Man, zum Glück nicht sonderlich viel Schaden, ne? Dein Fell ist ein bisschen verölt. Ja, dann machst du nix, ne? Ja genau, die zwei machst du jetzt und jetzt kannst du skippen. Ich dachte du wolltest zwei Bohrer spielen. Ne, du brauchst keine zwei Bohrer, nur die zwei hier. Okay, dann zieh ich jetzt halt hier Inka. Wenn wir dann nicht mehr irgendwie großartigen AI-Pull machen. Wär schön, wenn du noch 10 cm weiter ziehen kannst, weil man sieht, ja jetzt auch sieht man hier, okay. Den Kreis sieht man immer so schlecht, den der Bohrer da macht. Ist er fertig? Ja. Und das wollt ihr dann alles skippen? Das kannst du mit unsichtbarkeit skippen und dann rollst du den Threshold von hinten da. Zwei Mobs nochmal aus. Ich bin grad bisschen skeptisch, sag ich euch ehrlich, weil ich hab keinen, mit Stealth hab ich da durchgekommen. Perfekt, der hat dich gesehen, Reek. Toll. Willst du sterben oder spielen wir den? Mach den noch weg, mach den noch weg, alles gut. Okay, jetzt ist halt unser Hunter schon durch, ne? Ja, okay. Ich bleib jetzt einfach da drin stehen, scheiß drauf, sonst hätte ich was. Also, das hat ja schon mal gut geklappt. Komm, ich saug jetzt mal die Dinger weg, dann ist das ein bisschen einfacher. Ich glaub, React-Taktiken sind so, dass wir das nur mit einem DPS spielen. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Aber der Hunter hat ja einen Pet, der kann ja den Boss eigentlich schon mal machen. Kann ja immer schon mal ein bisschen wecktinken. Hast du jetzt noch einen Unsichtbarkeits-Plot, weil... Ich hab 20 Stück, alles gut. Nee, aber ob du ihn halt jetzt einsetzen kannst, dass um das geht's. Ja, ja. Okay. Achso, du hast ihn gar nicht eingesetzt, du bist einfach nur noch reingelaufen? Nö, ich bin da zu nah reingelaufen scheinbar. Ich dachte, das ist der... Also willst du die jetzt noch spielen, die zwei? Die zwei spielen wir jetzt noch, da gibt's ja den dicken Buff noch. Also quasi haben wir jetzt die Mobs geskippt, die gar nichts können, die Ämpfer nur weg... Ja, wir wollten den einen großen auch skippen, Entschuldigung. Okay. Ich wollte nur noch auf Nummer sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe, die Taktik. Ah, ja gut, du hast ihn getrappt, passt's. Ich wollte eigentlich immer schon mal in diese... Mal ausprobieren, wieviel diese große lila Void an Damage macht, ne? Ich kann probieren, dass ich den Boss dann so an der Seite an die Kiste hinziehe. Dass wir dementsprechend ihn eventuell ein bisschen nur DPSen können. Ich glaub mal, bevor die erste K... äh, bevor die... das erste Mal seiner E kommt, macht er ja glaub ich kein... ähm, kein Jump, ne? Nö. Okay, dann kann ich ihn eigentlich gleich hinziehen. Da hinten bei Rai. So an der Ecke dran ist, müsste es eigentlich gehen. Ich denke, kann ich eh stehen bleiben. Wir müssen halt bloß ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt halt die Kisten nicht kaputt haben. Hinterm Boss, komm weg da alle. Okay, ich zieh ihn jetzt wieder ran. Na gut, okay, das war zu langsam. Wir müssen lieber auf Nummer sicher. Bei mir? Also ich glaub auch, dass der nächste Boss wahrscheinlich der schwierigste wird. Ja, weil er halt ewig lange dauert. Und du halt 20 Millionen Sägeblätter hast. Das werden immer mehr, umso länger du brauchst, ne? Ja. Okay. Schon wieder nicht an der Kiste, aber egal. Oh, ich hab's jetzt ein bisschen vercheckt. Hat das bei dir geklappt, dass du ihn hitten konntest? Ist er wieder bei mir gewesen. Jetzt müssten wir alle angesprungen werden, also verteilen. Ich krieg's nicht ab als Tank. Er hätte mich auch anspringen müssen. Hat er aber nicht. Ja. Ich hab anscheinend keine Lust auf dich gehabt. Das funktioniert ja, ist wieder gut. Gut. Wieder ein Tambas. Ja, das ist in der ersten Woche, wo ich hier drin war. Da ist der Hund eigentlich durch die Kiste gesprungen. Und hat's ja irgendwie nicht zerstört. Und dann dachte ich mir, dass die da rausgenommen haben, ne? Das. Äh, der zerstört ja auch nur, wenn du da, wo du aufschlägst. Achso, wenn er durchspringt? Das ist egal. Wenn er durchspringt, ist egal. Nur wenn du da, wenn er die Person anspringt, macht der so ein AE um die Person. So zehn Yards oder was. Keine Ahnung. Ich dachte, der darf auch nicht durchspringen. Nur wenn die Person dransteht. Durchspringen ist egal. Ah, okay. Dann ist ja easy. Ruhig, scheiß drauf. Überholt er mich noch, obwohl ich hier die Abkürzung genommen habe. Ich mach das Band aus. Achtung, nicht, dass er runterfliegt jetzt. Na gut, ich bin halt Druid, ne? Ich bin halt ein gutes Stück, Alter. Bist du hier ein Stück runter, den Alarm-Bot? Einfach oben voll rein. Jetzt rödeln wir da mal richtig rein. Was ist denn die Wache da? Schockwave. Richtung, wo wir ja kamen. Also ich hätte jetzt gesagt, ich ziehe den einen da hinten in die Ecke. Was halt immer für Ding einfacher ist. Für Ranges aber. Das bringt ja eigentlich nichts, weil wir keinen Ranger haben, ne? Absache, wenn der Dickchener kommt, liegt hier kein Blutfleck. Das wär gut. Ja. Da sagst du was? Ich kann die mal ganz hier irgendwo hinten hinziehen. Ja. Obwohl ich verschwinde relativ schnell. Das Schwierigste im Dungeon kommt, da ich eh das Spießrotenlauf da. Leider bin ich kein Dings mehr. Kein Night Fee. Aber ich bin Ventier jetzt, da kann ich mich eigentlich auch bisschen porten. Erstmal am Schienen. Ach, okay. Den einen kann man nicht knockbacken. Okay. Ja, das zieht ja ein bisschen weg. Ich wollte eigentlich beide rauskicken, als der eine gestorben ist, aber der andere lässt sich hier leider nicht kicken. Also es gibt so eine Taktik, dass du diese große Spinne da hinten in die Ecke reinziehst, dann können die ganzen Ranges alle einfach stehen und müssen nicht dodgen. Hm, okay. Ich kann das mal machen, dass für den Heiler ist es zumindest, wenn ich den ganz, ganz hier hinten reinziehe. Kannst du das outrangen oder was? Ja, ja, das wirst du gleich sehen. Ja, hauptsache ich sehe noch, wo ich hin muss. Macht aber seinen Karaketenbeschuss. Jetzt macht er sein Ding, seht ihr? Hier bei dir, ja. Jetzt kann quasi Wall ganz hinten stehen und muss nicht dodgen. Oh, der Wind ist auch so, er geht weg. Wieder anders. Es müssen halt nur die in der Melee-Range dodgen. Ja, die sich das aber hier behindert. Ja, ich habe hier mit paar Ranges gespielt und die haben mich schon hier gesagt, ja ganz rein, sie wollten halt nicht dodgen, können sie halt durchziehen. Ja, weiß ich nicht. Also, ist jetzt... Persönlich finde ich jetzt auch nicht, dass das so eine Riesengeschichte ist, aber ja. Kann man machen. Für den einen oder anderen Range ein bisschen zu entlasten. Wird ich eigentlich mein Portal nutzen können? Komm, ich laufe jetzt mal ohne Portal durch. Ich habe es nicht mal rausgezogen, das Ding. Ja, ist eigentlich schon easy. Sind wir alle durch? Ne, ich suche noch einen Weg. Ist immer ein Ventil-Portal. Ach, shit. Kann ich selbst bestellen. Ich bin gleich da. Warten, bis der hier durch ist. So, jetzt. Jo, ich denk mal, wir können schon mal holen. Ich denk mal, wir können schon mal holen. Ich denk mal 10. Kein Heiler, ne? Ich kann mich selber heilen. Ja, dann. Wenn ich Inka abhabe, dann ist easy. Schockwave. Siehste? Fast 300k und da passiert gar nichts mehr. Ja, aber ich habe hier... Ah. Na gut. Ich bin halt runtergetickt. Na gut, du kannst dich halt nicht selber heilen. Schockwave. Na, komm da raus, du Kackviech. Ja, du heilst dich tatsächlich nicht. Nee, nee, der andere, der kleine Bot. Retz mich willst, bevor du da runterstürmst. Ja, ja, ist gut. Ah, ich habe keinen Retz rausgezogen. Kann ich auch... Willst du einen Battle-Retz haben? Nein! Nein! Ich habe nämlich auch nur einen Battle-Retz rausgezogen. So, jetzt normaler Retz. Tournament-Server hier. Ich habe auch nicht T-Mockt. Ganz schlimm. Das ist alles komisch, genau. Ich dachte, das wäre viel einfacher. Gut, dann auf geht's. Ich wusste ja nicht, dass wir den Super-Hard-Mod spielen müssen. Was für einen Super-Hard-Mod? Ja, mit vier Mann. Achso. Achso, wir sind lauter Meleys, ne? Macht Sinn, den da mit hinzuziehen. Hier die Drüsen kommen. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist natürlich hier mit den Winden nicht gerade so geil, der Boss. Vor allem, wenn der nicht in die Drüse schießt da. Wenn ihr so ein Ding seht, wo ich ihn hinziehen muss, dann schreit, dann ziehe ich ihn direkt hin. Sonst lasse ich ihn meistens stehen, weil du ein paar Ranges dabei hast. Was eigentlich immer easy ist. Achtung. Achtung. Ich saug einfach mal auch ein bisschen die Wirbel, dann haben wir es einfacher. Okay, da hinten ist das Ding. Das ist ja nett. Ja, weil Damage technisch, also da passiert jetzt echt nicht viel. Dann kann ich einfach nicht soaken, dann müssen wir nicht move'n. Achtung, die Dings geht los. Laser, Laser, Laser. Jetzt soke ich es denn nicht, weil ich nicht in den Laser rein will. Sägeblätter, ganz viele. Aber die haben sie richtig genervt, oder? Diese Wirbel, die machen gar keinen Schaden mehr. Da passiert wirklich überhaupt nichts, wenn ich da reinlaufe. Da haben wir wieder so ein Ding hinten. Und Laser, ne? Was ist er denn? Wo? Ja, ich bin Kilometer von euch entfernt. Was steht da? Warum steht jetzt? Na gut, wir müssen halt vom Laser laufen, ne? Und dann, Boss? Ja, das Ding gehen wir mal. Ja, das Ding gehen wir mal. Boss, 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 ja. Ja. Überlegen. Ich ziehe mal für die nochmal, dann kann ich glaube ich für die letzte Gruppe auch nochmal Enkrad ziehen. Hoffe ich zumindest. Ja, das war vielleicht auch nicht die beste Stelle, die zu töten. Ist der genau da? Ja. Ach, das geht schon. In dem Ding kriegt man doch keinen Schaden, oder? Ja. Ja, so rückwirkend betrachtet. Den Roboter können wir nur mitnehmen. Hinterher ist mir immer schlauer, das stimmt, ja. Ja. Ja, ich hätte bei den einen auch den Inker nicht ziehen sollen, also wir ihn immer noch zwei Minuten kümmern. Hast du dir einen alleine gelassen? Ah. Ja, den hätte man da easy nur reinziehen können. Ich habe mich ein bisschen mit meinen cooldowns, äh, verschätzt. Ich dachte, die dauern ein bisschen länger, die Mobs hier. Aber alles. Hm. So, nur 45 Sekunden auf Inker. Ja. Was ist denn der Arsch-Tent? Ja. Oh, das wächst dann. Oder es wächst dann. Oder es wächst dann. Oder so. Ich habe den Rasen noch. Ich weiß nicht, dass man das dann C10 kann, wenn das hochgeht. Ja, wenn das da liegt, dann kann man das C10 alles weg. Hm, ist gut zu wissen. So. Wenn es dann geht, weiß ich, was das ansonsten funktioniert, weiß ich. Ja, wahrscheinlich desorientieren auch, vermute ich mal. Endboss ist mit weniger Leute wahrscheinlich sogar einfacher. Kann ich das des... Ah, desorientieren ist immun. Okay, perfekt. Ich laufe rein, desorientier, krieg den Schaden. Komplett gebaitet. Okay, dann. Let's, let's. In dem anderen Mechagon-Teil ist das so nice, wenn du diese Bots hast, ne? Du, 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 du. Ist da umzingelt von den Dingern. Ja, ja. Komm, ich saug euch noch ein paar von den Dingern weg. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bleib' hier stehen Mikrofon muted Mikrofon aktiviert Ja, wir haben nur drei Rätzes Ja, ist nur, dass man Na, da willst du Rätzen, da ist weder diese Ich bin mir hier immer nicht so sicher, wie weit ich hintergehen kann Ähm, nicht, dass ihr dann den Hit abkriegt, wisst du, was ich mein? Ja, ein bisschen Vicky Ich bin damals einmal runtergeflogen hier, ne? Werb hier stehen, werb du da? Oh, passt, ich bin ganz in der Ecke Oh, das ist natürlich suboptimal jetzt mit der Bombe Bomben, ja Jutti, fünf Minuten haben wir noch Oh, das kann knapp werden Oh, das wird knapp Ja, ja, das wird knapp Haben wir das auch zu fit geschafft Gut, wissen wir es fürs nächste Mal, ne? Falls wieder sowas auftaucht Muss, wenn Heiler oder Tank halt raus ist, dann ist bitter Also ich habe immer eine Backup-Leitung Gut, theoretisch kann ich es über das Handy auch machen, das geht Ja, eben Jutsch, dann hoffen wir mal, dass die uns das anerkennen, ne? Dass wir das so fit gemacht haben Ja, das sollte gehen Ich hätte das Gear auf dem Lifestyle aber auch ganz gern Also mit der Waffe-Spizze Spizze ist ganz gut, muss ich sagen Und mit dem Trinket, das hat schon was